Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wie das letzte Mal, wir haben eingekauft und jetzt können wir weitergehen. Die Nacht geht weiter und unser Ziel ist vermutlich. Ja, wir schaffen das schon. Keine Ahnung! Wer ist die Marke der Distinktion, die du in mindest? In gutem Zeit. Nur wissen wir, dass wir einen speziellen Rest haben, wenn alles fertig ist. Ja gut, dann gehen wir weiter. Gut, gut. Das lief hier alles richtig gut. Gut, gut. Das lief hier alles richtig gut. Dann bin ich nicht zu Hause, ohne die Aral zu besuchen. Du bist verrückt. Die Aral ist weg und die ganze Zeit der King's Patrol hat sich zu einem Problem in der Markt gehalten. Unsere Arbeit möchte nur noch ein paar embassungsvolle Patee unter dem Cover der Burglary. Es wird sich umgekehrt, dass sie hier allein sind. Unless... du denkst du nicht auf meine Herausforderung? Hm. Aha. Nun ja, was hast du denn vor? Ja gut, dann kannst du jetzt losgehen, zack, ansprechern. Sicher ist sicher. Boah, Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Hm. Immer noch die Teile der meisterlichen Rüstocken, sehr schön. Du guckst dich um diesen dämlichen Kläffer. Die sind wirklich gefährlich. Wow, er hat gewischt. Dämlicher Mabari. Nein, das hat nicht geklappt. Dreck. Ich brauche hier Unterstützung. Der dämliche Kläffer macht. Der dämliche Mabari. Nein, so kriegen wieder alle was ab. Das ist ein perfekteres Verkauf. Und jetzt ist das ein perfekteres Verkauf. Genau, jetzt krieg ich mit Fernschutz. Nein, jetzt haben wir noch mehr dran. Schafft ihr den Hund mir vom Leib. Jetzt darf ich noch die Soldaten mitschleppen. Na klasse. Den Hund lassen wir einfach liegen, oder was? Das ist nicht fair. Sehr schön, dann geht's weiter. Was zur Hölle? Schon wieder in die Soldaten. Was ist das? Das soll es noch passiert. Ich bin der nächste Reden. Ich bin der nächste Reden. Ich bin der nächste Reden. Brennen! Oh, ich sterbe. Sehr schön. Verdammt, jetzt wieder wieder Stumpf. Meine Gruppenheilung hinterher. Nein, Tick. Enough! Und besiegt! Noch mehr Leichten mitschleppen. Eine Güte. Eine Güte. Da. Wir können die Soldaten in die Flas. Ich sehe nicht, dass du deinem Back an die Grund. Ein guter Ort, um etwas zu spüren. Wenn du dich zu spüren möchtest. So, damit sind die Soldaten beseitigt. Das wird sie aus der Sicht. Happy Sketch? Abweist. Oh, ich bin aufgestiegen. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt schönes hier? Mal wieder so ein bisschen Konstitution. Ein bisschen mehr Lebensenergie. Stellen. Gut. Kampfausbildung. Dann nehmen wir das da. Was ist das für ein Beste? Und das? Was ist das für ein Beste? Was ist das für ein Beste? Gegner beliebig, Fähigkeit einsetzen und motivieren, Doppelschlag, selbst, Doppelschlag gut, das ist sehr schön, so, dann suchen wir jetzt weiter, ob hier noch was, was anderes ist, die Tür ist zu offensichtlich, es wird verabschiedet, selbst wenn sie nichts erwähnt. Die Hände halten besser als ihre Gäste. Die Hände halten besser als ihre Gäste. Da ist ein Weg in, wir können die Wände in der Nacken. Tight fit für Tug? So. Klasse. So, dann suchen wir uns hier. Hm, wer hätte dich denn gefoltert, armer Kerl. Oh, wie der Schumke. Schmecker ist immer gut. So schade. Sehr schön, du brennst. So, was war das? Na, lauf den Dienst voll voll ab. Der arme Soldat, der Dienst feierte. Na. Erzähl, miteinander einen Job suchen sollen. So. Dann sind wir jetzt wieder bereit. Hm. Irgendwas anderes anderes. Ach, gut. So, was ist das? Ah, was haben wir denn hier? Boah, zehn gold schon wieder. Zeit einer meisterlichen Leder ist. Okay, dann schau dir alles mit. Dann gehen wir alles mit. Okay, dann gehen wir alles mit. Okay, so. Du kennst die Penalty für die Runde auszuwählen. Ja, das glaube ich aber nicht. Oh, ein Feldwebel ist da drunter sogar. Aber du bist wieder hier. Gut, jetzt schnell zu schlagen. Äh, nein, du. Du. Nein, er ist gestorben, so'n Dreck. Wiederauferstehen. Also greifst du mich an? Ah, jetzt ist sie auch noch gestorben. Verdammt, das läuft ja gar nicht gut. Das ist keine Rolle, lad. Geflixt! Okay, zum Glück waren wir hier das letzte Mal... Jetzt geht das schon wieder los... Hotel, nächster Versuch! Die Tür machen jeder Raum eine Überraschung! Und wer nicht das tut... Jetzt kriegt er einen Flammschlag ab... Nein! Ach verdammt, warum hab ich das nicht... So, du bist tot... Ey, wieso? Mal los, verhöhne die Leute mal... Na, endlich! Oh, die Fick! So, das wird jetzt mal gespeichert... Der triumphale Sieg muss festgehalten werden... Nein, das war anstrengend... Oh, ein Schlüsselbund... Gut... Gut... Was soll er? Komm, komm in da... Let's see a little dragon... Was soll das denn jetzt hier los? Wie hörte das auch zum Planen, nur ich wusste davon nichts? Was soll das denn? Was soll das denn? Auf dem Magier! Sofort auf dem Magier! Er ist noch ein Magier! Ja! Oh, der ist noch ein Magier! Das ist noch ein Magier! Oh, der ist noch ein Magier! Was soll das denn? Oh, der ist noch ein Magier! Oh, der ist noch ein Magier! Was? Was? Alle sollen... Für einen... Was? In my time... Wächter des Nordens... Oh... Komm, auf Gescherbin! Warjournal, mit kein Krieg? A lot of bitterness still around... This is pushing it though... Haha... Haha... So... Weiter geht's... Oh, was wir hier drin haben... Äh... Ne, ich brauche dich... Und wieder ein weiterer Sieg! Eine weitere Kerbe! Hm... Hat sogar was interessantes versteckt drin! Ach, nur ein Dolch! Aber... Verkaufen geeignet! So... Das haben wir auch geschafft! Was? Hm... Where did sie go? Marjolaine will find us when she's had her fun. Always does. Hm... Hm... Ich zieh nicht da? Okay... Ich zieh nicht da? Okay... The Master bedroom. We can plant the papers in the desk. This Commander Raleigh sounds like a beast. Haha... Vielleicht ist er der Target, den wir verweilen? Jetzt... Ich zieh nicht! Was haben wir da drin? 5 Gold! Teil einer meisterlichen Serie! Dankeschön! Wie viele Teile brauchen wir eigentlich für diese Lederrüstung? Mal nachgucken! Sechs Teile! Ich hab drei Filme noch bei! Sehr schön! In my time! Ah, jetzt ist sie auch noch neugierig! Ah, jetzt ist sie auch noch neugierig! These are... All lesionsseals! Be quick, pretty thing! We are wearing out our welcome! Marjolaine? Where were you? Who was that man? What? Oh... Some officer. No matter... I gave him a thrill... To avoid a bigger fight. Officer? Who... And... What about this? All Asian military seals on the papers. We don't have time to discuss it, Leliana. I don't like this. Leliana. Later. Move! Oh man... Puh... Puh... Fantastisch! So... Dann machen wir jetzt einen Levelaufstieg. Mal gucken... Drei Stück... Geschick auf 30... Wir brauchen mal... mehr... Glückheit... Und... Constituto... Ja... Ah... 22... Sehr schön! Puh... Level 12... von 36... Geschickigkeit. Welch, machen wir das! So, das war's dann aber für heute Dann bis zum nächsten Mal Wenn es wieder weiter geht mit Let's Play Dragon Age Origins Replay auf höchsten Schwierigkeitsgrad Bis dann